Hallo, liebe Thiefske-Freunde, zu einer neuen Ausgabe von FIFA 22. Ja, wir spielen die nächste Woche. Oh, ich bin Tor, äh, Spiele des Monats. Januar geworden, sehr gut. Ja, es geht weiter mit dem nächsten Spiel. Halt, ich muss Training machen. Training? Habe ich tatsächlich gemacht. Das war jetzt ein bisschen blöd. Naja, kriegen wir noch hin. Wenn ihr mal seht, wie gesagt, das mache ich ja nicht selber. Das lasse ich einfach nur simulieren. Ja. So, weiter. Und dann geht es hier in das Spiel hinein. So, let's go. Das lassen wir ausfallen. Wir wollen die Füße, wenn ich bringe. Wir wollen die Füße, wenn ich bringe. ... für Prof. Dr. Stefan Osterbeck. ... um sich so spürig mögliche zu melden. ... 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 Jetzt abseits. Na, schöner Ball. Oh, Mann. Der war wieder ganz knapp abseits. Hei, 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 hei. Okay? Let's take it big. Oh, Mann. Okay. 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 So, jetzt machen wir mal ein Eckball. Schön gemacht. Ich schlief falsch. Na, so nicht. Boah, schöne Kompensation. Und dann wieder knapp gescheitert. Das darf ich machen, immerhin. Ich schliefde. Ich schliefde. Ich schliefde. In der Mitte. Oh Gott. Schöner Spielzug. Fahre. Na, schön gemacht. 1-2-0. 1-0 war es. Okay, nicht 2-0. 1-0. Ich bin gewundert. Schön durchgeschleckt. Das war kein Abseits. Das war kein Abseits. Nee, nee, nee. Von mir nicht. Oder doch? Schwierig. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Nee, nee. Wir haben schon mal verschossen. Wir haben schon mal verschossen. Bitte nicht. Schön rein. Einfach rein. Zeig mal. Zeig mal. Können die alle kein Elfmeter, das? Das ist ja furchtbar. Das ist ja furchtbar. Dann rüber. Ups. Wunderbar. Klasse. Wunderbar. Auf Wiedersehen. Nee, 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 nee. Nee. Wie geht das? Schade, netter Spielzug. Tor, Flanke, Kopfballtor, oder Ecke, Kopfballtor, wunderbar. Der hat genau gepasst in den Winkel hier oben. Tor, Flanke, Kopfballtor, oder Ecke. Tor, Flanke, Kopfballtor, oder Ecke. Tor, Flanke, Kopfballtor, oder Ecke. So, jetzt ist Halbzeit. Und wir machen gleich weiter natürlich, wie immer. Keine Pause bei uns. Tor, Flanke, Kopfballtor, oder Ecke. 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 Abseits! Für die! Okay. Das ist nicht so ein blödes Eigentor! Schade, falscher Knopf! 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 Nummer 22, Edric Joshua. Schöner Ball. Oh, ein super Spielzug. Schön, wunderbar der Lauf und dann genau getimt der Pass in die Mitte. Tja, ich glaube, das war's. Für den Zweikampf hier. Schöner Ball. Oh, schlecht da war ich. Abseits, meine Herde war Abseits. Eigentlich. Schöner Ball. Schöner Ball. Na ja. Gut, der lieben 3-1. Oh! Vinicius! Schön, die Direktabnahme. Der war geil. Ein super Ding. Keine Chance. Nee, das geht auch nicht. 5 Minuten noch. Ja, das geht auch noch. Ja, das geht auch noch. Ja. 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 Da war es in dem Ding, genau. Da war es in dem Ding, genau. Das war es, 4-1, wunderbar. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann bitte einen Daumen hinterlassen. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht mit der Karriere, dann bitte ein Abo, den roten Knopf drücken unterhalb des Videos. Alles kostenlos und dann verpasst ihr keine weitere Folge mehr von FIFA 22. Ich sage danke und bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschö.